Aua! Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Nicht in Kuwak, so viel steht fest. Na super! Das Time-Pod sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Hier suppt die ganze gute Tachyonen-Schlonze in den Wüstenboden. Was für eine Verschwendung! Ein Haufen abgebrochener Uhrenzeiger. Die könnten sich noch als nützlich erweisen. So wie sich der meiste Schrott irgendwann als nützlich erweist. Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Armbrüste haben eine fast durchgängige Top-100-Platzierung auf der Liste meiner Lieblingsbrüste. Ich habe keine Zeit, mich mit den Einheimischen anzufreunden. Ich muss zusehen, dass ich einen Weg in die richtige Zeit finde. Hallo Fremder! Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Wir nennen dieses Land to waste of time. Aber ich bin kein Fremder. Da legen wir hier großen Wert drauf, ne? Mein Name ist Mermet. Ich gehöre zur Einheimischen Region. Das hier ist das Land meiner Vorfahren. Vor vielen Generationen soll diese Wüste ein wunderschöner Ort gewesen sein. Aber dann fielen Fremde an und beanspruchten das Land für sich. Mit ihnen kam die Dürre. Und nun führen wir Krieg, um das verlorene Paradies unserer Vorväter zurückzuerobern. Das klingt eigentlich ganz nachvollziehbar. Bei dem Namen Waste of Time hätte ich was Sinnloseres erwartet. Die Legenden sagen, dass sich der wahre Sinn des Norms nur erschließt, wenn man seine Geschichte kennt. Ich persönlich glaube, dass es etwas mit den kaputten Ohren zu tun hat. Tja, das ist alles mehr oder weniger interessant. Mit starker Tendenz zu weniger. Aber ich muss dringend zurück in meine Gegenwart. Ich habe keine Zeit für Geschichtsunterricht vom Arsch der Welt. Wenn du Zeit brauchst, bedien dich. Hier gibt es massig davon. Kann ich mir die Armbrust ausleihen? Wir haben gerade Waffenrühe. Ja, super. Dann brauchst du sie ja nicht. Uhrenzeiger als Armbrust-Munition? Tja, warum nicht? Stimmt. Das würde sich gut als Pfeilgift machen. Rufus. Zeitreisender, Wedding-Planner, Temporaler Hackenschotzer. Na super. Das Time-Port sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Hm. Ich kann zwar nach Portalen scannen, aber ich kann sie nicht öffnen. Und es erkennt auch wieder nur das eine Portal, durch das ich gekommen bin. Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Na, dann wollen wir mal. Ha! Tarefa! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Ja. 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 Ja.